Die zweite Euromotor hielt, was sie versprach. Exklusive Fahrzeuge kombiniert mit gehobenem Lifestyle. Dem Namen entsprechend lag der Schwerpunkt bei automobilen Klassiker mit klangvollen Namen und die dazugehörigen Dienstleister kamen beim Publikum sehr gut an. Auch die besonders exklusiven Fahrzeuge mit großem Zukunftspotenzial als Sammlerobjekte begeisterten die Besucher im Münchner Order Center MOC. Besonders der Sonntag war besucherstark. 96 Aussteller präsentierten einen Kosmos der Begehrlichkeiten. Die Automobil- und Luxusgütermesse Euromotor vereint Dienstleister und Hersteller erstklassiger Marken und Lifestyle-Angebote. Untertitelung des ZDF für funk, 2017